Heute zeige ich euch, wie ihr diese wunderbaren, fleischigen Rippchen macht. Und als erstes machen wir uns einfache Gewürzmischung. Ich finde, bei solchen Rippchen sollen wir jetzt nichts mit Senf machen oder was anderes. Man nimmt einfach Salz, drei Esslöffel Braun und Zucker, ja der passt dazu, der ist fast in jedem Wrap drin. Ein Esslöffel, zwei Esslöffel Paprikapulver und einen Esslöffel geschrotteten Pfeffer. Einmal umrühren und fertig ist die Gewürzmischung. Jetzt kommen wir zu unseren Rippchen vom Fleisch und der Koch. Wir haben hier St. Louis-Teil. Wenn ihr euch das Schwein vorstellt, oben haben wir den Rücken, dann gehen die Rippen nach unten. Ganz oben sind die Baby Back Ribs, danach kommt der St. Louis Cut, das ist der mittlere Bereich. Und dann ganz unten haben wir die Spare Ribs, also die mit weniger Fleisch und mehr Knochen. Und das ist hier so der mittlere Cut mit richtig schönem Fleisch. Sieht sehr gut aus, was jetzt nur geschehen muss. Diese Silberhaut, die muss weg. Dafür einfach hier mit dem Löffel bei einem Knochen ein bisschen wegschieben. Und dann könnt ihr in der Regel das schon wegziehen. Und jetzt wird unser Koab gleichmäßig verteilt. Am besten durch einen Streuer habe ich jetzt nicht hier. Wir können das mit der Hand noch ein bisschen verteilen. Wir lassen das ganze halbe Stunde nochmal stehen. Jetzt kommt ihr auf den Smog. Man sieht, hier habe ich noch andere Rippchen. Da sind zum Beispiel die von ganz unten aus dem Bauch. Da ist nicht so viel Fleisch dran im Vergleich zu denen. Ich mache jetzt keine klassischen 3-2-1-Rippchen, sondern ich werde die nur zwei Stunden räuchern bei 120 Grad. Und danach machen wir weiter. Zweieinhalb Stunden sind rum. Es regnet schnell runter damit. Also, das sieht schon richtig schön aus. Ja, und den Unterschied zwischen den zwei Cuts finde ich schon mega. Also, St. Louis Cut, das ist einfach pure Fleischmasse. Jetzt nehme ich das Batcha-Peper von Santos. Ihr könnt Alu vollnehmen, Aluschalen, Auflaufformen, wo ihr einen Deckel habt. Einfach, damit das dicht ist und man das dämpfen kann. Da rein kommt so eine Rippe. Und da, wie ich schon gesagt habe, wir das Ganze dämpfen, brauchen wir auch Flüssigkeit. Aber gar nicht mal so viel. Ich nehme hier Apfelsaft, 50 Milliliter ungefähr. Das Ganze wieder schnell zurück auf den Pelletsmog. Eineinhalb Stunden laufen lassen. Die Zeit ist um. Man sieht, es steigt Dampf hoch, also war das Bäckchen dicht. Dann habe ich hier einfach Kartoffelpüree in eine Auflaufform gegeben. In der Mitte Sauerkraut, Butter, das stelle ich nochmal drauf mit. Hier habe ich Tiriake-Soße mit 8 Knoblauchzehen, die gepresst sind. Ich bestreiche damit meine Rippchen. Keine Barbecue-Soße, das schmeckt mir besser. Das wiederhole ich noch einmal. Jetzt nochmal bei 120 Grad, eine Stunde. Und so sieht das Ganze aus. Einfach ein Traum. Runter damit. Das Licht ist nicht das Beste hier. Aber dieser Knochen-Test, die gehen raus. Obwohl ich das Fleisch gar nicht so weich haben möchte. Und ja, wir schneiden uns einfach hier was runter. Und da sehen wir schon den Unterschied. Schaut euch, wie saftig dieser Rauchring. Ja, wir haben richtig viel Fleisch. Es waren jetzt keine 6 Stunden, keine 5. Aber hier sogar der Knorpel, der ist schon weich. Man kann den essen. Mega Sache. Im Vergleich zu den Rippchen, ist schon Tag und Nacht, wie gesagt, ich habe die gemacht, damit die wegkommen. Hatte ich auch da. Der Link zu den Flasches in der Beschreibung. Es ist traumhaft, Leute. Traum. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.